Oh, ganz schön windig hier. Ja, das ist auch typisch für die Region in dieser Jahreszeit. Das ist der böhmische Wind. Ach der böhmische Wind, der kommt aus Böhm. Deshalb riechts hier nach Knödel und Bier. Der riechst ja auch nach Kuh. Ja, das riechst du. Ich rieche lecker beim Spier und Pilsner und Knödel ohne Gulasch.